Wie viele Umdrehungen kannst du denn hier machen? Maximum? Maximum ist 5.500. 5.500, okay. Sie sind heute vormittag auf 4.600 gewesen. Das heißt, die Schraube ist noch zu groß. Und der Verbrauch, der geht ja so nach Stunden, oder? Richtig. 137 Liter in der Stunde. Und das ist gutes Superplus, hoffe ich. Ja, auf jeden Fall. Also nur anständiges, verstehe ich. Sehr gut! стиgern tremel spirale Feeling Indigo Indigo dass